ich hab von ich hab von den windbeutel getrunken da bin ich aufgewacht und müssen wir jetzt auf den wehrt checkpoint ich brauche kein kuchen stimmt ja ich bin er will müssen auf die laterne auf die rechte denke ich mal aber ich glaube zuerst mehr genau ich wusste es klingt sehr männlich dieser ja man macht einfach irgendwas drückt die tasten richtig aggressiv hat gar keinen bock mehr bis es irgendwann funktioniert und dann funktioniert wieder okay jetzt kommen ich esse kuchen kuchen ist alle hier mehr nein weißt du dafür habe ich wieder aufgemacht nein was auch immer passiert ist was los bist du im tisch du bist im tisch ne du schaffst das okay jetzt komme ich zu dir ich habe die platte gesetzt die türen sind zu ja ich kann ich nicht dann ist das chips gate for you wo rein da wo das loch ist ich noch hätte da wo die schilder sind mit dem mussten sparen ist kein loch natürlich ist dann noch ist kein loch nein komm raus in der wand oh warte ich schlau okay hab's kapiert du bist nicht deswegen runter gekommen das verkackt deswegen was darunter gekommen das ist alles freundschaft okay jetzt springen auf die leite ich weiche aus du willst mich also angeln aha ja das geht noch nicht in dieser version man kann das ja auch wusste ich gar nicht es gibt doch in 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 dings dieses spiel in mario kopf hä aber du angelst doch warte was was gibt es damit angeln das ach so ja du meinst das wo man sich dann mit der angel salven kann oder was das habe ich noch nie gemacht hier draußen ist im moment voll entspannt sagte sie und ich bin jetzt mit checkpoint 23 also langsam können wir mal freig sein mhm this one was classic wow 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 wieso hab ich den sprich nicht gesehen leider an der side was ich hab nur den mit dem piston und ironie ich bin eingesperrt in diesem haus die das gitter ist gerade direkt vor mir zu gegangen und ich komme nicht mehr raus obwohl ich doch es gibt ja noch den coolen leiterweg dabei wollte ich mich gerade selbst töten um ihn nie wieder gehen zu müssen es liebt mich einfach es ist wollte es nicht so ist es auch eben komisch dass ich mich selbst umbringen kann ja du bist halt es gibt doch keinen befehl mit dem ich dich umbringen ja wie traurig ich bin halt ich bin bei der offiziellen seite wo das server ist block gegangen und wenn ich das schild angeben steht das muss angeben wenig und wenn ich dann jetzt wo ja noch sterbe ich nicht okay also ich werde jetzt nicht versuchen mich selbst zu töten du ich bin so weit gekommen aber gleich was zum beispiel muss muss ich hin in das wasser ich glaube steht bei tab ich bin ein operator ich will nicht ich will gerade leben aus und sollte ich hab sie denn nicht ich hab sie denn nicht ich hab sie denn jetzt kannst du es testen oder was slash kill scheiße hat mich verschrieben nein ich kann selbstmord ich bin so danke jackie danke du hast mir so viele türen geöffnet damit hauptsache dass du schild so du kannst du schon wie deine freunde scheiße will die die kosten des portfels er kann was auch sonst willkommen wieder zurück beim niveau ganz unten nein ich versuche zwanghaft hier nicht runter zu fallen wenn ich loslassen würde dann würde ich das tun jackie kommen hier hauptsächlich zu erklären ok frieden brauchst du die ganze groß fleisch ich hab das einfach gotter ich hatte seit noch im inventar ich hab das versuch ich hab gekommen sind die don't do gesagt hat noch das fleisch ich bin so weit gelaufen ich sehe dieses lied so nie weißt du während des livestreams bin ich immer so ich hab grad noch mal verkackt aber ich war mir hunderttausend prozent sicher dass ich gesprintet bin und dann war es irgendwie so als wäre ich gegen eine unsichtbare wand mit dem kopf geknallt und dann bin ich langsamer gewesen keine ahnung oder ich hab schiff gedrückt ich mach oben gleich einfach mit blocken dann müssten wir es schaffen ich bin so einen block lang gesprintet bin dann langsam gelaufen ich habe es geschafft wie kompetenziert ihr könnt hier sitzen und sehen wie eure Freunde fallen weil das war Transart für dich um zu enttäuschen ich schau dich an schau mir in die Augen ich sehe dich ich sehe dich immer überall ich sehe dich auch gerade wie du bei dir zuhause auf deinem boden sitzt ich sitze auf mein Fenster ach so ist ja fast der Boden wieso auf meinem Boden das letzte mal sahst du aus als hättest du auf dem Boden gesessen als du deine Facetime hattest nein das war mein Fenster hä du hast sogar mein Fenster aber nein ich sitze auf meinem Bett also ich bin zwar schwarz aber ich bin nicht so aha warum warum liegt hier ein abgebotter Holzbanner noch einer aha ich wollte nicht dass alle cheaten müssen ach müssen so so du hast also für dich entschieden dass ich nicht cheaten ja ich will nicht dass du so was auch das falsche wort aber du weißt was ich meine dein falsches Leben führen musst wie ich voller Betrug ich will dass du ehrlich aufwächst oder ich hab da ich hab Pokémon mit Cheatmode gespielt ja wow nein oh ich will dass da ein Checkpoint ist ja ich hab grüne Wolle abgebaut ähm ich hab grüne Wolle abgebaut ähm äh also wird er essen kann er dann Essen da rauswerfen ach so das wird damit oh ich dachte du pliziert das weißt du noch als du die Klappe so runter gemacht hast als ich da stand und ich plötzlich einfach am Boden lag nein weiß ich nicht mehr oh man oh was für Überraschung was denn oh auf einmal bin ich da nein warte was wie sagst du ein Spawnpunkt gesetzt hä warte die Frage ist warum hast du keinen neuen Spawnpoint hä ich hab doch einen nein dass du nicht hä wo bist du hä ich hab mich gerade ich hab gerade deinen Spawnpoint übernommen aber bin hier unten hä 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 okay ah schwer tja Anna du solltest wohl nicht sterben hm ja aber du hast doch ganz andere nein aber ich habe den das wo das Ding ist wenn du wenn du auf diesen Knopf drückst von wegen Spawnpoint dann steht ja im Chat dann genauer Spawnpoint ja und du hast keinen neuen bekommen aber bei mir stehen andere Zahlen als bei dir ja Ding ist jetzt habe ich meinen Spawnpoint zu deinem gemacht aber ich bin hier unten gespawnt ja weil wie hä ich verstehe nicht wie so unterschiedliche Zahlen sind dann bei uns beiden weil wenn deiner meiner wäre dann müssten wir doch die gleichen Koordinaten haben you know aber hier steht doch nirgends so im Chat dass du deinen warum sind da unten pisst hier steht nirgends so im Chat dass du deinen Spawnpoint geändert hast doch doch nein doch bevor du aus der Welt gefallen bist und bevor du deinen Spawnpoint geändert hast nachdem die Welt gespeichert wurde steht da dass mein Spawnpoint geändert wurde auf irgendwas I don't know Bro hey komm also hier war der Fake Checkpoint wie sie sehen können wo macht man hier den Checkpoint ah jetzt verstehe ich komm 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 ich zeig's dir nachdem ich gegessen habe hier ist der Checkpoint Spawnpoint ah guck hab sie nochmal gemacht hä und jetzt hast du die gleichen Koordinaten ne nein hallo na was machst du da steht nur ich habe deinen Spawnpoint geändert jetzt steht das ok na wir müssen zu McDonalds die Frage ist zu McDonalds und sie sie essen McNuggets mit Fries schau dir was in Slime City die ist direkt vor dir ach das ist eine Stadt oh direkt vor mir wo das wäre voll die gute McDonalds Werbung so Leute die einfach über Wolken laufen um zu McDonalds zu kommen dann sind da so kleine Engel die einen die nein die haben als Flügel einfach Chicken Wings ja lass mal ey weißt du noch damals in Musik als wir Werbung machen mussten oh nein und diesen Chokoriegel gemacht haben das war so schlecht das für mich war alles schlecht ich hab Angst bei so einem Checkpoint hier ist einfach nur ein Kuchen da muss ich richtig gut geklärt sind ja Hallöchen ich jetzt zum Checkpoint oh danke ich wollte mich grad töten danke keine Ironie danke danke